So, jetzt kommen wir zu dem bösen, äh, Hirsch. Genau, der Hirsch mit den roten Augen. Hm, ja kein Wunder, dass der Junge Husten hat hier. Da ist doch Gund... Hm. Da ist doch Gundula da hinten. Das seh ich doch von hier. Nein, das ist der böse Hirsch. Okay. Die Frage ist, sollen wir jetzt dem blauen folgen? Oder da oben ist ja auch noch was. Naja, vielleicht sterben wir. Vielleicht auch nicht. Der Hirsch ist hier lang. Okay. Wir können uns aber nicht... Ich muss mal ganz kurz schauen, ob wir kriechen können. Äh, Controls. Äh, Keyword. Run. Ah! Steuerung. Ähm. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ein Altar. Wir haben ja gerade erst gespeichert. Das mache ich mal nicht. Aber was ist das? Wir können keine Fotos machen, oder? Das habe ich jetzt natürlich nicht geschaut. Ich habe jetzt nur total selektiv. Äh, Use. Inventory. Okay, nee. So was haben wir nicht. Okay, was heißt das denn? Nee, wir speichern. Nicht cool, Gundula. Nicht cool. Oha, Gundula. Benimm dich. Okay, hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir jetzt auch nicht hoch. Gundula. Du Arsch. Ich habe dir überhaupt nichts getan. Okay. Okay. Oh. Erst mal wieder beruhigen. Also bei, als wir das zum ersten Mal gespielt haben, da hat uns Gundula ein paar Mal fast umgebracht. Ein neues Feuer. Jan erzählte mir, es gibt eine Höhle tief im Wald versteckt, wo vor vielen Jahren Diebe aus der Stadt ihre wertvolle Spukla-Wache versteckten. Als sie gefasst wurden, wurde nach der Höhle gesucht und die wertvollen Gegenstände wurden konfisziert und entfernt. Ich weiß um ein paar interessante Ecken in dieser Gegend, also drängelte ich bei Jan um jedes Detail, was er wusste. Über Wochen suchten wir nach der Höhle, mit nur einer wagen Idee, wo sie sein könnte. Schließlich fand ich sie bei einer unserer zahlreichen Wanderungen in den Wald genau so, wie sie beschrieben wurde. Felsbrocken flankierten jede Seite des Eingangs. Der hängende Efeu versteckte zum Teil das Loch in den Felsen. Der runtergefallene Klotz thronte unsicher darüber. Ich wollte hinein, doch das Tageslicht schien nur einige Meter weit. Ich hatte den unlogischen Gedanken, dass irgendetwas Wertvolles sich darin befinden könne. Juwelen, die in eine Spalte im Boden gefallen und übersehen worden sind. Geld, das besonders sicher unter Stalagmiten versteckt und nicht gefunden wurde. Goldstücke bedeckt von einer dünnen Schicht Schmutz auf dem Boden. Jan riet mir nicht hineinzugehen. Der Untergrund war rutschig und uneben und ohne Licht. Konnten wir uns in den Tunneln verirren. Ich bin nie zurückgekehrt. Ich denke, das war besser so. Wäre ich in die Höhle hineingegangen, wäre sie leer gewesen. Was mich enttäuscht hätte. Dass ich niemals zurückkehrte, beflügelte meine Fantasie und lässt mich an eine unberührte Höhle voll mit Reichtümern denken. Ein Raum voller glitzernden Truhen. Eine wertvolle Erinnerung. Okay. Ein Schatz also? Hä? Hier ist eine neue Speicherstelle. Okay. Die werden wir jetzt aber mal nutzen. Wenn das geht. Okay. Wir haben gespeichert. Und sind mal gespannt. Gundula. Ja, wusste ich's doch. Hat der mich ja auch gewundert. Okay. Gundula. 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 Da konnten wir jetzt gar nicht. Ich hab's ja versucht. Aber ich konnte da nicht rein. Warum? Warum konnte ich da jetzt nicht hoch? Wieso hab ich das nicht geschafft? Schaff ich's jetzt? Na, wir werden mal sehen. Oh, Gundula. Sind wir hier? Ah, das war extra so gemacht. Klug. Ich dachte einfach, ich hätte mich jetzt zu blöd angestellt oder so. Aha, und da müssen wir jetzt runterspringen und dann? Okay. Also wir müssen hier runter. Äh, wir können nicht hier runter. Okay. Hier können wir auch nicht runter. Okay. Ne. Ah, wir können hier noch höher. Ah, okay. Okay, okay. Alles klar. Stimmt es? Ja. Scheint mal so. Okay. Warum das unbedingt von trauriger Musik untermalt werden muss. Warum denn schon wieder dieser dustige Herzschlag? Mann, 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 Mann. Oh. Kurz kratzen. Das Spiel ist aber auch so gut gemacht. Ist ja furchtbar. Wie soll man den Fortschritt jetzt speichern? Ne, eigentlich nicht. Ähm. Kurz mal ins Inventar schauen. Hier haben wir jetzt eigentlich alles außer dieser... Speicherdinger gefunden. Wo müssen wir jetzt hin? Gundula, benimm dich. Benimm dich. Müssen wir jetzt einfach zurück zum Haus, oder? Oder müssen wir ihm jetzt... Das ist ein neuer Zettel, oder? Go to the house. Hm. Ob ich auf so ne Anweisung hören soll? Ich weiß es nicht. Aber erst mal folge ich jetzt... Dem Hirsch. Bevor ich zu dem Haus gehe. Der Hirsch ist doch hier hochgerannt, oder? Okay. Der böse Hirsch. Während ich durch den Wald gegangen bin, kreuzte mein Weg ein mächtiger Hirsch. Sein Geweih war so groß... Ähm. Äh. Was ist... Äh. Ach so, damit konnte er heruntergefallene Bäume wegschubsen. Ähm. 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 Äh. Hätte ich nur meine Knarre dabei, dann wäre das eine exzellente Trophäe. Äh. Aber morgen möchte ich zurück und, ähm... Hier an diesem Ort nach ihm suchen. Okay. Okay. Ja, ja. Dieses, äh... Lesen... Man versteht es, aber man kann es... Nicht in deutsche Worte fassen in dem Augenblick. Ähm. Und da ist man dann halt die ganze Zeit immer so blöd am Suchen. Und deswegen... Will ich die anderen Texte auch lieber halt... Geordnet übersetzen. Sonst ist das nur Gestotter. Oh. Und dann sind wir wieder hier. Und es wird dunkel. Es ist jetzt mit einem Schlag... Sau... Dunkel geworden. Äh, was passiert? Okay. Herzlich willkommen zurück. Mir ist gerade das Spiel hier abgeschmiert. Ähm. Ähm... Aber so richtig, ne? Ähm... Und ich habe gerade überprüft, ob die Aufnahme da ist. Es tut mir leid. Ich war ein paar Mal nicht im Bild, wenn ich im Bild sein hätte sollen. Und war nicht im Bild, wenn... Ne, und war im Bild, wenn es hätte nicht sein sollen. Ähm... Okay. Das tut mir sehr leid. Ich versuche da ein bisschen besser drauf zu achten. Hier wird ein Opfer angebetet. Okay. Ich hoffe, dass das Spiel jetzt nicht gleich wieder abschmiert. Geht es hier um den Auserwählten? Man weiß es nicht. Okay. Okay. Hm. Und hier? Das ist der böse Gott. Ein Stier oder irgendwas? Das bringt die Menschen um. Und an der Stelle hier war es mir jetzt abgeschmiert, das Spiel. Okay. Was passiert? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, wo sind wir jetzt? Wo wachen wir jetzt auf? In einem Uterus? Nein. Wegrennen, wegrennen. Lauf ins Licht. Spiel wurde gespeichert. Und hier waren wir definitiv nicht als letztes. Äh, huch. Ich wollte mal ganz kurz was gucken. Aha. Wir sind in einer neuen, in einem neuen Gebiet. Boah. Das muss man erst mal verdauen. Oh nein. Okay, da wollte ich nicht hin. Okay. Hier wollte ich hin. Äh, okay. Ja, jetzt weiß ich auch gar nicht, wie ich das alles schneiden soll, dadurch, dass ich so komisch im Bild dann bin, wenn ich es nicht sein soll. Naja, ich werde das schon hinkriegen. Und wir wollen... Gehen wir erst oben? Oder gehen wir... Ich probiere es erst mal oben. Wir wollen es ja auch nicht so bierernst durchspielen. Okay. Weil dafür ist das Spiel so an sich schon gruselig genug. Hallo Gundula. Du geiles Gestell. Jetzt hat es einen Köpfer gemacht. Was ist das hier? Okay, hier kommen wir nicht weiter. Aber okay. Oh, das ist ein 10-Meter-Turm. Im Wald reingebaut. Das ist doch ganz hübsch eigentlich. Uah. Das wollte ich jetzt so an sich eigentlich nicht. Ich hoffe, jetzt kommt nicht der böse Fisch. Ich wollte eigentlich erst mal gucken, aber... Hm. Hier leuchtet es wieder blau. Das heißt, wir können speichern. Zack. Und hier ist wieder so ein komisches Bild. Das erst mal aussieht wie ein Phallus, aber... Nee, kann ich überhaupt nicht einordnen. Es sind zwei Tore und da steht irgendwas in der Mitte. Auf einem Sockel. Okay. Naja. Hier geht es wahrscheinlich weiter. Okay. Wir sind hier. Da ist ein Haus. Da ertrinkt man. Da ist ein Tor. Da ist ein Apfel. Den haben wir beim letzten Mal schon kennengelernt. Mhm. Und hier unten scheint es erst mal nicht weiter zu gehen. Aber ich werde mir dieses Gebiet... ...erst mal ganz schnell angucken. Achso. Achso, nee. Ist jetzt in unserer Notize mit drin. Okay, was steht hier? Ertrinken. Ausrufezeichen. Ach, weil das... ...der Sumpf ist. Ja, das ist klar. Na, da müssen wir aufpassen. Na, das stimmt. Ist wieder die Mücke? Sollen wir hier überhaupt... Also, ich glaube, nein. Also, aber wir können ja hier hin. Uah. Lauf. 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 Uah. Okay. Das heißt, ich glaube, wir gehen da erst mal nicht hin. Ups. Hallo. Und jetzt? Ach, Gundula, was machst du denn mit uns? Ach du Scheiße, jetzt hängen wir irgendwo. Äh. Unpraktisch. Also, wirklich unpraktisch. Oh, Scheiße. Ich ahne es. Oh, Scheiße. Wo sind wir hin? Da, wo es blau ist? Wahrscheinlich. Ich habe hier mein ganzes Leben verbracht, in den Feldern gespielt, immer unter den wachsamen Augen der Vogelscheuchen. Mein Nachbar, ein alter Mann, dessen Name ich nicht wiedergeben kann, verbrachte viel Zeit in seinem Garten. Er war ein Siedler. Er war ein Siedler mit einer furchtbaren Haut, die zeigte, dass er die meiste Zeit seines Lebens allein und weit weg vom Komfort der anderen verbracht hatte. Wenn er sein kleines Stück Land bestellt hatte, sprach er leise zu seinen Vogelscheuchen, und ich bemerkte, dass die anderen Dorfbewohner wegschauten, wenn er das tat. Eines Tages ging es vorbei, als er sich mit dem Strohmann unterhielt, und wurde mit einmal übermütig. Meinst du, deine Vogelscheuche antwortet dir? Fragte ich. Es ist nicht klug, sowas zu sagen, kleines Mädchen. Vogelscheuchen können nicht sprechen. Er lächelte finstern. Dennoch, gleichzeitig kann nicht gesagt werden, was in ihnen wohnt. Es wird jeden Tag stärker, und wie es wartet, beobachtet es. Nichts kann es stoppen, ich rate dir nicht, in seinem Weg zu stehen. Sein Gesicht wurde mit einmal aschfahl, und er sprach erneut zu seiner Vogelscheuche. Nein, habe ich nicht. Sie ist harmlos. Sie wird es niemandem sagen. Wirst du? Er wurde hektisch. Seine Hand versuchte mich zu fassen, flehend, das Geheimnis, das ich nicht verstand, mich zu verraten. Ich rannte. Am nächsten Tag wurde der alte Tod gefunden. Sein Garten verweckte schnell, als sei das Land vergiftet. Kurz darauf bekam ich furchtbares Fieber. Als ich wach lag und mich hin und her wälzte, sah ich aus meinem Fenster und sah eine Vogelscheuche, die sich gegen das Glas presste. Ich versteckte mich unter den Decken, und fiel schließlich in einen unruhigen Schlaf. Als ich erwachte, war er verschwunden. Aber von diesem Zeitpunkt an habe ich immer seine Augen gespürt, die mich von den Feldern aus beobachten. Er hilft mir, jedem zu folgen. Der Strohkopf ist ein sehr guter Freund. Puh. Okay, und hier ist es jetzt sehr neblig. Und ich habe das Gefühl, wir sollten speichern. Und ich habe das Gefühl, jetzt müssen wir rennen. Scheiße. Gut, dass wir gespeichert haben. Ja, wir sind tot. Ich habe es geschnallt. Äh, okay. Das heißt, wir müssen hier ziemlich aufpassen, wo wir hintreten. Ich hoffe, hier kommt jetzt nicht irgendwo einfach was aus dem Gebüsch gesprungen. Das würde mich jetzt ein bisschen in Unruhe versetzen. Scheiße. Okay, auf die dürfen wir auch nicht. Oder nur kurz, ja. Uh. Einstrengend. Scheiße. Äh. Äh. Okay. Das sieht mir ja erst mal gar nicht so verkehrt aus. Und das sieht auch ganz gut aus. Und jetzt eventuell hier lang. Und da sind ja auch diese blauen Teile. Und da sind ja auch diese blauen Teile. Oh, hohohohoho. Hmm.